Es sollte ein netter Abend mit Kollegen werden. Das Jahr ist vorbei, die Stimmung gut. Doch auch wenn sich die meisten auf die Weihnachtsfeier freuen, der Grat zwischen Partyspaß und Peinlichkeit ist schmal. Was auf keinen Fall gewünscht ist, sind irgendwelche Pöbeleien oder aggressives Verhalten. Oder was dann gleich auf dem zweiten Platz folgt, ist übermäßiger Alkoholkonsum. Wo man ja sagen muss, das eine hat ja mit dem anderen oft sehr viel zu tun. Sprich, wenn ich ein Glas über den Durst trinke oder mehrere, dann kenne ich mich vielleicht nicht mehr ganz so aus und sage dann Sachen, die ich vielleicht später bereuen würde. Acht von zehn sind der Meinung, man sollte sich auf der Weihnachtsfeier beherrschen. So eine aktuelle Umfrage von Karriere.at. Als größtes No-Go gilt Pantscholl mit Kollegen. Wenn sie Kollegen näher kommen, als sie sich vielleicht kommen sollten, weil das kann für Irritationen in der Folge am Arbeitsplatz sorgen. Und was auch nicht so gern gesehen wird, sind Feiern ohne Limits. Sprich, man gibt sich halt irgendwie, das Ganze eskaliert und man gibt sich so, wie man sich sonst vielleicht nicht gibt in der Arbeit. Du immer und ich dann immer der Drottel bin. Ein Glas zu viel getrunken und vor Kollegen und Chef ins Fettnäpfchen getreten. Dann plagt neben Kopfschmerzen am nächsten Tag auch ein schlechtes Gewissen. Am liebsten würde man im Erdboden versinken. Der Gang ins Büro bleibt aber trotzdem nicht aus. Ich bin ein wenig übertrieben. Das war einfach viel zu. Bist du auch nicht genau? Ja, geht's gerade nicht mehr. Am besten ist es wahrscheinlich, man legt ein menschliches Verhalten an einen Tag. Man sagt, es ist menschlich, wenn Fehler passieren. Und es ist genauso menschlich, wenn ich mich am nächsten Tag in aller Form dafür entschuldige. Aufstehen nach einer Partynacht, für viele eine Herausforderung. Wer feiern kann, der muss auch arbeiten. Bleibt man unentschuldigt im Bett, droht im schlimmsten Fall sogar die Kündigung. Das ist vielleicht besser, man nimmt sich prophylaktisch schon im Vorhinein an Urlaubstag oder an Tagzeitausgleich. Aber nicht jeder freut sich auf die Weihnachtsfeier. Ob man hingehen muss oder nicht, hängt von Zeitpunkt und Ort ab. Wenn sie in der Arbeitszeit stattfindet, dann besteht auch eine Anwesenheitspflicht. Dann ist das auch Arbeitszeit. Dann wird das natürlich, sage ich, einsprechend bei den Stunden vermerkt. Wenn es nicht in der Arbeitszeit stattfindet, besteht zwar keine Verpflichtung, aber im Sinne des Socializing, im Sinne des guten Umgangs miteinander, ist es sicher zu empfehlen, dass man trotzdem hingeht. Jeder Zehnter ist der Meinung, eine Weihnachtsfeier kennt keine Grenzen. Wer allerdings doch seine Grenzen kennt, der kann peinliche Vorfälle vermeiden.